Herzlich Willkommen im Waldstadion zu Sebnitz, das Spiel der Landesklasse Ost. 2 gegen 12, die BSV 68 gegen Borea Dresden. Herzlich Willkommen, wir grüßen euch alle und wir freuen uns auf ein spannendes, starkes Spiel. Applaus Ich bin auf! Zwei! Zwei! Bino! Bino! Zwei! 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 Applaus 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Wir sind voran! Ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein. Wir sagen Danke. Danke bei unseren Gästefans. Danke bei unserer Gastmannschaft. Aber noch einmal einen riesengroßen Applaus. Kopf hoch. Wir freuen uns auf spannende Spiele mit der BSV 68 Sebnitz in der Landesklasse Ost.